BVB Total im Doppelpass mit der Telekom. Wie bist du mit deinem schwarz-gelben Pflichtspieldebut zufrieden? Ja, man ist nie ganz zufrieden mit sich selbst. Aber ja, es ist dann nicht so einfach, dann auch direkt bei seinem Ex-Klub zu spielen, gegen die alte Mannschaft und alles. Aber ja, es sind jetzt noch 17 Spiele und für mich war das wichtig, hier mal gut reinzukommen, mich in die Mannschaft einzuleben. Das habe ich in den letzten dreieinhalb Wochen. Es ist mir noch wichtig, dass ich schnell eine Wohnung finde. Dann geht es mir noch besser. Der Rest spielt sich alles noch besser ein. Wie gesagt, das war heute eher ein Spiel, wo man auf Kampf geht. Ich glaube, dass Mittwoch wieder ein Spiel wird, wo auch mehr Fußball gespielt wird. untertitelt fünfzeigen, Jetzt sehen Sie sich im letzten Jahren. Wie sagt. 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 Vielen Dank.